Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid bei Radio vom Premiere für mich in Westerröntfeld. Zum ersten Mal bei der HSG Schild Westerröntfeld Rendsburg. Und die Heimannschaft hat verloren. 24 zu 29 gegen die HSG Ostsee, Neugrömitz und Neustadtgrömitz. Schön, dass ihr da seid von den Siegern. Fidschi wirst du genannt, Finn. Schön, dass du da bist. Malte Pieper ist auch dabei. 24 zu 29. Lange Zeit hat es danach überhaupt nicht ausgesehen. Bis eine Viertelstunde vor Schluss. Habt ihr es offen gestalten können? Was ist dann schiefgelaufen? Ja, erstmal hat Ostsee natürlich einen überragenden Torhüter zwischen den Pfosten gehabt. Der hat heute also sicherlich seinen großen Anteil daran, dass Ostsee hier mit fünf Toren Vorsprung das Feld verlässt. Also großartig wie er gehalten hat. Muss man einfach mal den Hut vorziehen. Hat sicherlich auch in der Videoanalyse sehr gut aufgepasst. Den ersten Ball von unserem Rechtsaußen, Christian Kades, der eigentlich immer gut geworfen ist, catcht das gleich weg. Kommen wir aber zu euch. Seid ihr dann zufrieden, trotz des Ergebnisses am Ende? Mit der Art und Weise, wie ihr gespielt habt? Ja, zufrieden schon. Also haben wir auch gerade in der Kabine zu hören gekriegt, dass der Trainer stolz ist, dass das ein geiler Kampf war. Aber dass die Zuschauer, das war ja, hey, klasse. Also das Five-Konzert zwischendurch, das haben wir ja auch lange nicht erlebt. Stimmung war super, ja. Das nicht euch galt? Nein, natürlich nicht. Da waren ein paar Schiedsrichterentscheidungen. Ich fand aber auf beiden Seiten, also das war jetzt nicht, dass da irgendeiner verpfiffen wurde. Ich fand auf beiden Seiten waren einige Entscheidungen, die kann man anders geben. Okay, es gleicht sie am Ende aus. Und wir haben, ich glaube, ab der 14. bis zur 21. sind wir eine schlechte Phase, wo die auf 3, 4 weggehen. Wo wir einfach auch zu viel verwerfen. Klar hält es, Noel, gut. Wir schmeißen auch viele am Tor vorbei. Und dann holst du gegen so eine Mannschaft das nicht mehr auf. Letzte Saison habt ihr euch schon getroffen, und zwar in der SH-Liga. Damals habt ihr gewonnen. Was war denn heute anders? Ja, dass wir nicht gewonnen haben auf jeden Fall. Warum? Ja, das ist schwer zu sagen. Es gibt halt Tage, da gewinnst du Tim. Es gibt Tage, da verlierst du. Das ist halt so. Und ich denke, wir brauchen uns mit unserer Leistung heute nicht verstecken. Die Mannschaft hat gut gekämpft, hat alles gegeben, hat gefeitet, hat sich hier wirklich auch diesem Kampf gestellt und haben sie gut gemacht. Wir sind natürlich dafür am Ende nicht belohnt worden. Das ist einfach das, was nachher so ist. Es sind unglückliche Dinger dazwischen, die schlecht geworfenen auch nicht mehr, aber einfach zu viel verworfen. Und Tiag Müller macht natürlich vorne auch ein überragendes Spiel. Der schießt uns auch kaputt. Das ist natürlich auch so was. Wenn der nicht so einen guten Tag erwischt, geht das ganze Ding vielleicht auch anders aus. Das ist halt so. Du standst oft auf Außen und hast gesagt, Jungs, spielt mich an. Hier bei mir ist die ganze Seite frei. Ja. Warum habt ihr so wenig über dich gespielt? Ich weiß es nicht, ob es mit der Brechstange über die Mitte gehen wollte. Also ich habe auch selber gemerkt diesmal, gerade wo nachher Reiter hier stand, dass der schon ziemlich zur Mitte gedeckt hat und er hat mir das auch versichert. Aber es kam kein... Gut. Wir hatten ja die Chancen. Auch Niklas hatte in der zweiten Halbzeit auch ein überragendes Spiel gemacht, rampft. Hat er ja auch gut getroffen. Klar, nachher gehen sie auf ihn raus. Dann müssen wir das Spiel eigentlich mehr in die Breite ziehen und über die Außen kommen. Und gerade weil unsere Rechtsaußen ja heute nicht so einen guten Tag hatten. Wie Finn schon sagte, Christian nicht. Ja, weiß ich nicht. Ob man das vielleicht hätte so machen können, aber gut. Daran lag es nicht. Ihr habt einen so starken Saisonstart gehabt. Jetzt die Top-Mannschaften, Wift und Ostsee. Als nächstes noch Hürup und Pauli. Wie gefährlich ist es jetzt bis Dezember, dass ihr diesen Saisonstart verspielt? Ja, also man muss sehen, wir sind als Aufsteiger natürlich top gestartet. Jetzt wahrscheinlich auch noch zu Anfang die Euphoriewelle, obwohl wir natürlich auch mit 0,4 Punkten losklicken. Sagt man, fängt man sich wieder. Wir dürfen jetzt durch den Kopf in den Sand stecken, weil wir zwei Spiele verloren haben. Gegen Wift hätte das Spiel auch anders ausgehen können. Er ist nachher auch, sag ich mal, unglücklich verloren. Heute gegen Ostsee, ich meine, gut. Was dahinter steckt, ist okay. Da kannst du verlieren. Das ist gar kein Thema. Und ich denke, wenn wir jetzt geschlossen als Mannschaft auftreten, müssen wir jetzt natürlich den Ausfall von Tim Dauk kompensieren. Das wird natürlich schwer wiegen, der sich jetzt ja leider verletzt hat. Aber ich denke, wenn wir da geschlossen als Mannschaft auftreten, dann sollten wir auch zumindest bis Weihnachten noch Punkte holen. Du hast gerade gesagt, mal gewinnt man, mal verliert man. Apropos gewinnen und verlieren, wir haben vor dem Spiel eine Wette abgeschlossen. Du bist schon ganz rot. Es ist natürlich, man muss sagen, in einem Zustand passiert, wo man sagt, ah. Wir können das ja ganz offen sagen, wir haben uns beim Flensburg-Durby gesehen, haben über das Spiel gesprochen. Ein völlig normaler Zustand. Zumindest bei mir. Und da haben wir über das Spiel hier heute gesprochen. Die Wette bestand daraus, wenn ihr verliert, dann... Ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Habe ich gesagt, stelle ich mich hier auch fast nackt an deinen Tresen. Das hast du gesagt. Und wenn ich die Wette verliere, also ich habe dann auf Ostsee gesetzt, dann muss ich bei euch eine harte Trainingseinheit mitmachen. Jetzt hast du die Wette verloren. Ja. Jetzt ist mein Vorschlag zur Güte. Jetzt aufgrund auch der weiblichen Präsenz hier auf der Platte kannst du auch sagen, vielleicht machen wir mal ein anderes. Ich komme zu einem Training von euch vorbei, mache ein Training mit. Und anschließend machen wir das Interview, dann machen wir beide so eine geile Aktion. Das finde ich in Ordnung. Das ist auf jeden Fall ein super Deal. In Ordnung. Machen wir einen Plan. In Ordnung. Schönes Wochenende noch. Gute Besserung an Tim Dow an dieser Stelle. Das war Radioform aus Westerröndfeld. Es gibt noch Stimmen von der HSG Ostsee, von den Siegern. Das Ganze hier auf radioform.de. Klickt euch mal rein. Danke fürs Zuschauen. Ciao.